Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das Thema Sony Systemkameras bzw. was bedeutet es in meinem Workflow mit dem Sony System zu fotografieren bzw. zu filmen. Und ich hoffe ich kann einige Sachen heute mitgeben, ich hoffe ich kann einige Anregungen geben, vielleicht auch Denkanstöße, wenn du ein anderes System benutzt. Ich habe jetzt auch mal andere Kameras mit dir hingestellt, aber es geht heute allein erstmal um die Sony Systemkameras und ich fotografiere damit schon sehr sehr lange. Das heißt ich kann aus einer sehr großen Erfahrung heraus schöpfen und ich hoffe das Ganze wird für dich ein bisschen spannend. Also los geht's. So ich lege die beiden Kameras mal zur Seite, denn um diese beiden geht es heute nicht. Es geht um die Sony, da machen wir ein bisschen Platz hier. Hier habe ich jetzt liegen die Sony A7R5. Was ich jetzt sage, bezieht sich aber vor allen Dingen auf die Kameras, die ich im Vorfeld benutzt habe. Also die A7R4, die mich gerade filmt, die A7R3, die A7R2, die A7R, die A7 der ersten Generation. Ich habe schon ein bisschen eine Geschichte mit Sony weg und kenne die Sony A7 Reihe seit der ersten Generation kann man sagen. Ich startete damals auch mit den kleineren Akkus, das heißt heute sind wir damit besser aufgestellt als User. Damals war das immer so ein bisschen das Problem, dass man dann zwei, drei Stück einfach mit unterwegs dabei haben musste, um sicher zu gehen, dass du durch den Tag kommst und dass du nicht das Problem hast unterwegs mit leerem Akku dann halt dastehen zu müssen. Und demzufolge ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt nach vorne gewesen, diese großen Akkus in den Kameras zu verbauen. Ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht und ich würde das einfach wieder ein bisschen cross-over hier mit euch durchgehen, das Ganze. Und ich fange an mit der Ergonomie. Die Kameras sind, und da kann ich auch die A7R5 jetzt hier nehmen als Exemplar, sehr, sehr gut, sehr wertig. Sie fassen sich gut an. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie zu klein sind. Kleiner dürften die Kameras aber nicht gebaut werden, zumindest für meine mittelgroßen Hände. Ich bin auch so mittelgroß, demzufolge passt das für mich als Durchschnittsmensch, sage ich mal, in der Kameranutzung. Das passt für mich auf jeden Fall. Ich mache für meine Kameras typischerweise auch noch das L-Bracket unten dran, wie zum Beispiel bei der Fuji. Die A7 IV, die mich gerade filmt, die hat auch dieses L-Bracket dran. Und da passt dann auch, ihr seht das hier auch selbst bei so einer kleinen Kamera hier, da passt dann eben auch der kleine Finger noch unten drauf. Hier geht das auch so, aber hier werde ich demnächst mir auch noch ein L-Bracket ranbauen, dass ich einfach die Kamera noch ein bisschen besser in der Hand habe. Aber das ist sehr subjektiv, das ist eher so mein Empfinden, dass das jetzt gut wäre. Ergonomisch ansonsten finde ich auch inzwischen die Knöpfe. Die waren in den ersten Generationen alle filigraner und ein bisschen kleiner, nicht so gut dediziert. Das heißt, du kannst jetzt inzwischen bei den Kameras auch zumindest ab der A7 III bzw. A7R III aufwärts deutlich besser den Druckpunkt auch erfüllen, ertasten. Das Ganze fühlte sich deutlich wertiger nochmal an, weil sie eben auch besser, seitdem in der Hand liegt, für meine Begriffe. Und die Tasten natürlich auch nicht mehr ganz so leichtgängig waren. Gerade dieses Rädchen hinten, dieses ISO-Rad, was die meisten wahrscheinlich von euch als ISO-Einstellrad auch so gelassen haben. Ich auch. Die hatten mit Sicherheit das Problem in den ersten Generationen, dass dieses Rad viel zu leicht ging. Und du verstellst dann wahnsinnig schnell die ISO und wenn du jetzt irgendwo eine Zeitautomatik eingestellt hast, dann merkst du gar nicht erst, dass du auf ISO 800 oder ISO 1000 bist, obwohl du ISO 100 vielleicht bräuchtest, weil die Verschlusszeit einfach sich dem Ganzen anpasst und du achtest nicht darauf. Also das hätte damals ein Problem sein können, ist heute super, weil die, wie gesagt, die Tasten wunderbar schwergängig laufen und dementsprechend auch jetzt kein Problem mehr darstellen. Ergonomische Unterschiede gibt es dann nochmal zwischen den Modellreihen. Natürlich, du kannst hier oben dieses Modusrad arretieren. Das geht bei der R-Reihe standardmäßig immer. Bei der Nicht-R-Reihe ist das nicht der Fall. Da hast du dann dieses Modusrad, was nicht gelockt werden kann. Aber auch da hatte ich nie das Gefühl, dass das zu leicht geht, dass ich das aus Versehen verstelle. Auch das ist wirklich gut, lässt sich fest genug drehen. Das passt. Was Sony inzwischen auch recht gut macht, was die Ergonomie betrifft, das sind die Belegbarkeiten der Tasten. Du hast inzwischen recht viele Tasten, recht viele Möglichkeiten, dir die Kamera anzupassen. Du siehst es hier. Hier hinten hast du allein schon eine ganze Menge von Tasten zur Verfügung, die du dir selbst konfigurieren kannst. Da kannst du selbst drauflegen, fast drauflegen, was du möchtest. Es gibt meistens bei den Objektiven hier vorne noch so eine Taste, die du auch noch frei belegen kannst. Wenn du ein Objektiv hast, was diese Taste bringt, logischerweise. Und hier oben drauf gibt es dann jetzt auch seit der zweiten Generation inzwischen auch hier oben diesen Rekord-Button. Der, finde ich, für mich so mit gemischten Gefühlen hier oben liegt. Klar, das passt, dass er hier oben liegt, wenn du quasi die Kamera so hast und schaust drauf, dann kannst du die hier auslösen. Ich fand den Auslöseknopf zum Aufnehmen hier vorne für mich etwas komfortabler, weil ich den Daumen hier sowieso habe und am Joystick bin und dann kann ich hier rüber gehen und quasi auf Rekord drücken und dann geht es los. Aber du gewöhnst dich daran und das passt. Ansonsten muss ich sagen, ist die Kamera, wo wir gerade noch beim Thema Ergonomie sind, die Kamera eine sehr schmeichelnde Kamera, was die Oberfläche angeht. Also sie ist wirklich aus Metall gefertigt, beziehungsweise Magnesium ligiert. Und keine komplette Kunststoffkamera, das heißt, da knarzt nichts, da sind keine Teile irgendwie seltsam beweglich. Auch die Außenklappen hier für die Anschlüsse hat Sony auch nochmal, zumindest mit der A7R5, nochmal verbessert. Aber auch bei der A7IV war das schon so der Fall, hatte ich das Gefühl, dass die Tasten, äh die Klappen, nicht die Tasten, die Klappen jetzt deutlich besser verarbeitet worden sind. Sie fassen sich wertiger an. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, hier bauen mit irgendwo was. Das war ja bei den früheren Generationen tatsächlich so, dass die Klappe an sich okay war, aber sie hing halt an irgendeinen kleinen Plastikfädchen und das reißt dann schnell ab. Kannst du verlieren, gerade wenn du unterwegs bist, wenn du am Reisen bist und einfach keine Möglichkeit hast, mal in so ein Store zu gehen oder irgendwie, ja, danach bessern zu lassen, dann kann das ein Problem sein. Inzwischen ist das, wie gesagt, behoben worden und ist wirklich eine gute Sache. Auch sehr schön finde ich, dass Sony natürlich auch weiterhin darauf setzt, dass die Speicherkartenfächer hier an der Seite sind. Das heißt, du hast die Möglichkeit hier an der Seite, in dem Fall bei der A7R5, zwei Schächte zu benutzen. Du musst es nicht, du kannst auch einen benutzen, du kannst die Reihenfolge auch festlegen, whatever, was du möchtest. Also das ist dir überlassen, wie du das magst. Finde ich gut, dass es so weiterhin beibehalten wird. Und dass die Art und Weise, wie du diese Klappe öffnest, dass es auch diese geblieben ist. Also nicht wie bei der A7R beispielsweise oder wie bei der A7R5 hier, ich kann das ja mal zeigen, wo du das so rausziehst und dann so aufklappt. Und das lässt sich auch nicht so einfach aus Versehen öffnen, das möchte ich damit nicht sagen. Aber du hast hier die Möglichkeit, nochmal eine zweite Sicherheit hier zu nutzen. Und zwar musst du dieses kleine Plastikteilchen erst nach unten schieben und dann kannst du rausziehen, sodass du sicher gehst, aus Versehen draufkommen und abziehen oder aufziehen kann nicht passieren. Du musst erst mal die Taste nach unten schieben und dann öffnet sich hier die Klappe für die Speicherkarten. Finde ich gut gelungen, also gut durchdacht und ist auch vom Handling, wie gesagt, für mich persönlich in meiner Nutzung, meiner Arbeit mit der Sony wirklich sehr komfortabel. Fass dich gut an. Gibt es hier Nachteile in der Ergonomie für mich? Ja, was die Größe mit den Objektiven angeht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir hier eine zu schwere Kamera nach vorne liegt oder nach vorne drückt. Hier mit dem 24er drauf oder mit dem 12-24 Grad, so geht das auch noch von der Balance. Mit dem 70-200 Objektiv Blende 4 beziehungsweise Blende 2.8 wird es dann schon anders. Da habe ich das Gefühl, dass die Kamera einfach zu kopflastig ist. Und zwar ist das aufgrund der Größe der Fall. Die Kamera ist dann einfach für meine Auffassung zu klein im Gegensatz zum Objektiv vorn dran. Das ist halt immer so ein bisschen die Krux. Man möchte kleine, kompakte Kameras bauen, die trotzdem noch handlich sind, die überall hinpassen. Und dann hat man große Objektive. Das ist so ein bisschen der Trade-off, den man dann als Hersteller immer eingeht. Die Canons sind ja typischerweise deutlich größer und auch ein bisschen schwerer. Und dann passen auch noch dieses 100mm Makro gut vorn dran und das passt immer noch von der Balance. Das ist bei der Sony immer so ein zwiespältiges Gefühl, sage ich mal ganz vorsichtig. Und wie gesagt, mit diesem Objektiv, mit dieser Kombination, womit ich auch viele Landschaften und auch viele Filmen unterwegs bin, da funktioniert es recht gut von der Balance. Aber sobald du ein längeres Objektiv dran hast, gerade das 200 bis 600mm, dann steht das natürlich außer Frage. Und gut, das wäre in diesem Fall auch bei jeder Kamera so, aber in diesem Fall ist es schon bei größeren Objektiven als diesem hier schon gefühlt etwas kopflastig. Und das solltest du bedenken, denn Sony baut in der Regel keinen anderen Body in der A7-Reihe zumindest, sodass du da immer damit leben musst. Wir kommen noch gleich zum Thema Ergonomie. Sony hat im Vergleich zur Canon und zur Nikon-Reihe den kleinsten Mount-Anschluss, was den Sensor angeht. Das heißt, wenn du hier mal den Sensor-Anschluss anschaust, dann siehst du hier einen Bildkreis, der deutlich kleiner ist als der zu Canon. Ich kann das ja mal zeigen. Canon hat ja auch diesen recht großen Sensor-Anschluss. Und wenn man das jetzt mal gegenüber hält zur Sony, dass wir das einfach mal als Vergleich kurz gemacht haben, dann siehst du, dass der Anschluss für die Sony etwas kleiner ist, also um den Sensor herum, als bei der Canon. Machen wir das gleich wieder zu, damit das auch nicht mit Staub beschmutzt wird. So, stellen wir die Canon weg. Kommen wir zum nächsten Punkt. Bildqualität. Natürlich bekommst du mit der Sony exzellente Bildqualität. Also jeder, der glaubt, dass eine Sony A7 IV eine seltsame Bildqualität liefert, dem ist nichts zu helfen, weil du mit dieser Kamera eine tolle Bildqualität bekommst. Auch mit den älteren Modellen bekommst du immer noch eine sehr gute Bildqualität. Nur weil das Kameramodell schon 4, 5, 6, 7 Jahre alt ist, heißt es nicht, dass die Kamera schlechtere Bilder macht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass Sony sich zwar am Rauschverhalten deutlich verbessert hat zu den ersten Modellen, aber die 24 Megapixel gerade von der A7 III Reihe sind ja immer noch legendär. Und ich finde, das ist immer noch so der Sweet Spot zwischen, ich mache halt die Bilder so für mich und so ein bisschen für geschäftlich meinetwegen, brauche keine riesen Formatdrucke. Und da reichen die 24 Megapixel immer noch völlig aus, beziehungsweise die 33 bei der A7 IV, die mich gerade filmt. Da hat man keine Probleme damit, das kannst du ohne Probleme größer noch drucken, du hast eine sehr gute Auflösung, du hast ein sehr gutes Rauschverhalten, du bekommst einfach keine schlechten Bilder mit dieser Kamera. Und wenn doch, dann liegt es eher an den Menschen, die hinter der Kamera stehen und nicht mehr an der Kamera oder an dem Objektiv, sondern das ist meistens das Problem der Fehlbedienung oder der falschen Einstellung oder der nicht passenden Einstellung zum Objektiv und zum Motiv. Demzufolge liegt meistens das Problem hinter der Kamera und nicht vor der Kamera. Und zum Thema Bildqualität gehört natürlich auch das Thema Weißabgleich. Ihr wisst, ich fotografiere ja sehr viel Landschaften und Portraits und auch wenn ich für Portraits, gerade was die Hauttöne beim Menschen angeht, immer noch Canon bevorzuge, hat sich Sony inzwischen sehr gut weiterentwickelt für meine Begriffe. Sie entwickeln auch von Kamera zu Kamera, das ist mein Empfinden, einen immer wieder etwas neuen Look, was die Fotos angeht. Landschaftsfotos sehen zumindest mit der A7 R5 etwas kühler aus und Hauttöne nicht mehr so orange-stichig-lastig, wie das noch früher der Fall war. Das lässt sich deutlich besser jetzt fein justieren, bearbeiten und beheben, auch in der Postproduktion. Beziehungsweise sehen die auch von Haus aus jetzt schon sehr realistisch aus, realistischer als noch vor vier, fünf Jahren, finde ich. Und vom Look liegt es ungefähr zwischen Canon und Nikon. Ja, also der Sensor hat schon einen eigenen Look, aber nicht mehr so, dass ich sage, ja, das ist Sony. Also vor fünf Jahren hätte ich gesagt, dieses Portrait, das ist die Sony Kamera, weil einfach der Hautton sehr orange-stichig, orange-gelb-stichig ist. Und das habe ich einfach immer wieder gesehen und das ist hier nicht mehr der Fall, das hat sich sehr verändert. Und ich habe den Eindruck, Sony arbeitet auch daran, den Look weiter zu verbessern, die Farben realistischer, immer besser darstellen zu können. Und ich denke, wenn du in vier, fünf Jahren dir eine Sony Kamera, eine aktuelle dann wieder kaufst, wird der Look sich weiterentwickelt haben und wahrscheinlich noch besser sein. Denn gerade in Mischlichtverhältnissen, wenn du Studiolicht und Kunstlicht und Tageslicht quasi mischst, dann wird es tricky für die Kamera. Dann, wenn du noch ein blaues T-Shirt hast und eine grüne Wiese irgendwo, dann wird es sehr schwierig für die Kamera zu entscheiden, was ist denn jetzt die richtige Farbe, was soll ich denn jetzt hier richtig belichten und welchen Farbton soll ich hier richtig wiedergeben. Und das macht Sony inzwischen richtig gut, finde ich. Spätestens ab der A7IV-Reihe läuft das wirklich richtig gut. Und das erleichtert ganz viel in der Postproduktion und da macht Sony sehr, sehr viel richtig. Objektive. Ich habe natürlich von Sony inzwischen einige Objektive, einige auch schon durchgetestet und für einige mich auch schon inzwischen entschieden. Ich habe beispielsweise das 24er von Sony. Ich habe aber auch seit vielen Jahren und nach langem Ringen mit mir selber auch das 1224 dann irgendwann dann doch mal zugelegt, weil ich es recht günstig bekommen konnte. Ich bin jetzt nicht der prädestinierte Weitwinkelfotograf, aber bei Landschaften oder bei Indoor-Geschichten kann das schon recht praktisch sein, wenn du dann 12mm doch mal abrufen kannst. Und das ist Sony-typisch sehr eigen, sehr speziell. Ein 12-24mm Objektiv kenne ich von keinem anderen Hersteller. Es gibt von Canon zwar das 11-24 Blende 4 Objektiv, aber ein 12-24mm, was mich auch gerade übrigens filmt, mit Blende 2.8, kenne ich aus keinem anderen Hause. Demzufolge ist das ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Was heißt klein, das ist recht groß, es ist sehr schwer und hat auch eine riesige Frontlinse, die mich gerade eben anschaut. Und du hast auch das Problem, dass du dort keine Frontfilter dran verbauen kannst, wenn du sie brauchst, wenn du sie möchtest. Das musst du dann über den Rückseitenbereich machen vom Objektiv. Und Sony hat auch in den letzten Jahren es tatsächlich geschafft, auch den Objektivpark deutlich auszubauen. Also du bekommst inzwischen für jeden Brennbereich von 12mm bis hin zu 800mm alle Objektive. Du kannst dir Telekonverter noch dazu kaufen. Du kannst verschiedene Blendenwerte in den Objektiven auch kaufen. Also von Blende 1.2 bis der dementsprechenden höheren Blende, die du dementsprechend verbaut hast, gibt es da gefühlt alles, was das Herz begehrt. Ob man das so braucht, ist die andere Frage. Aber objektivtechnisch hat sich Sony da inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt. Sie haben früh begonnen, das muss man einfach sagen. Sie waren mit den Ersten, die im Systemkamerabereich als Vollformatkamera gleich losgelegt haben. Und hatten am Anfang das Problem, dass es keine Objektive gab. Es gab lange Zeit nur das 50mm bzw. das 55mm von Carl Zeiss. Es gab lange Zeit die Zoom-Objektive, die Blende 4-Objektive mit Carl Zeiss in Zusammenarbeit. Und viele Canon- und Nikon-User stiegen halt nicht um, weil man seinen Objektivpark hatte. Und es keinen Grund gab, umzusteigen. Und dann musste man mit seltsamen Adaptern arbeiten auf der Sony-Kamera. Und das ging meistens auch nur so gut. Und dann hat man es halt nicht gemacht. Bis dann eben Sony selbst die Objektive so weit gebracht hat, dass dann klar war, du kannst dich jetzt voll bedienen in jedem Brennweitenbereich. Von Spot-Action bis hin zu Portrait, aber auch Landschaften, Wildlife, Astro- und Weitwinkelfotografie. Und das ist schon recht gut. Das hat Sony wirklich sehr, sehr gut ausgebaut. Und sie machen eine Sache anders als alle anderen Kamerahersteller, zumindest anders als Canon und wahrscheinlich auch Nikon. Sie öffnen weiterhin ihren Mount für Dritthersteller-Objektive. Und das ist das Credo an sich, wo du als Nutzer natürlich die Möglichkeit hast, ein Sigma-Objektiv zu kaufen oder ein Tamron-Objektiv zu kaufen. Wenn du das Sony-System hast und eine Brennweite brauchst, aber jetzt nicht das beste Objektiv, das teuerste Objektiv, dann lohnt es sich meistens auch zu Sigma zu schauen, die ja nun recht gut Objektive verbauen, sehr gut aufenblendige Objektive auch verbauen und auch für einen sehr, sehr guten Preis anbieten. Demzufolge macht das Sony alles richtig, sich weiterhin zu öffnen und nicht zu sagen, wir schließen unseren Mount nur noch für eigene Objektive, wie ich es jetzt Canon immer noch macht leider. Und da bist du, wie gesagt, sehr gut aufgestellt. Wenn du auf der Suche nach guten und auch bezahlbaren, teilweise preiswerten Objektiven bist, dann lohnt es sich, in das Sony-Lager zu schauen, Gebrauchte Objektive bzw. auch Sigma und Tamron anzuschauen, denn dort gibt es, wie gesagt, auch sehr, sehr gute Alternativen, die dem Ganzen in fast nichts nachstehen. Und einige hatte ich hier auch schon im Test, da kannst du gerne mal in meine Playlists reinschauen und der Blick da rein lohnt sich auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Autofokus. Was soll ich dazu sagen? Die A7R5, die ich hier habe, entbehrt inzwischen jedem Gespräch oder jedem Test, weil sie gefühlt inzwischen alles bringt, was du brauchst und was du irgendwann mal möchtest. Sie steht der A1 in fast nichts nach. Sie hat inzwischen auch das KI-Modul verbaut. Sie hat zwei Prozessoren wie die A1 verbaut. Also ist natürlich auf einem sehr hohen Performance-Level. Und auch die anderen Kameras. Die A7R4 ist ja nun auf einem sehr ähnlichen Level. Auch da hatte ich nicht das Gefühl, dass der Autofokus pumpt oder nicht exakt ist. Und etwas Ähnliches kann ich auch zur A7R3er-Reihe sagen. Also der A7R3, die A7R3, das sind auch Kameras, die einen sehr, sehr guten Autofokus haben. Auch die APS-C-Kamera A6000 bereits hat einen sehr, sehr guten Autofokus. Das darf man nicht vergessen, 10 Bilder pro Sekunde mit Augentracking. Das muss man erstmal nachmachen in der Preisklasse damals. Was Sony auch wunderbar auch nochmal nachrüsten ließ mit der Firmware. Demzufolge ist das Sony recht gut aufgeschüttet, was den Autofokus angeht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass in meinen Sony-Kameras zumindest ab der dritten Generation irgendetwas nicht funktioniert. Ich hatte das Gefühl, dass die A7R2, und das galt glaube ich auch für die A7R2 generell, auch mit, da der Autofokus nicht so ganz noch schon auf der Höhe war. Also man war immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, was das Ganze angeht. Das war schon deutlich besser als in der ersten Generation. Aber die zweite Generation war noch nicht der Sprung, wo auch ich das Gefühl hatte, sie sind jetzt dort, wo sie hingehören. Das funktioniert alles wunderbar. Ich kann mich jetzt darauf verlassen. Ich kann damit professionell arbeiten. Das ging dann noch nicht wirklich. Also manuell fokussieren war für mich immer noch dann besser und effizienter, hört sich seltsam an, aber ist so, als über den Autofokus allein zu arbeiten. Zumindest wenn du schnell bewegende Motive hattest. Oder wenn es schnell zur Sache ging und ich musste mich schnell entscheiden, dann war einfach bei der Kamera eher kein Verlass darauf, dass es funktioniert. Ich musste halt selbst exakt darauf gucken, dass es auch alles so passt. Und ja, war quasi selbst verantwortlich dafür, dass das Ganze funktioniert hat. Ab der A7 III-Reihe, wie gesagt, war das Ganze dann natürlich viel, viel besser, deutlich besser. Und inzwischen die A7 IV und auch diese Kamera sind auf einem Niveau, wo ich sagen muss, wie will man das noch besser machen, wie soll das noch getoppt werden. Also auch hier autofokustechnisch kannst du zumindest ab der dritten Generation sagen, das passt, das ist auf einem sehr hohen Niveau. Also da gibt es keine Probleme. Dritte Herstellerobjektive habe ich gerade eben besprochen. Sigma und Tamron liefern natürlich auch weiterhin nach wie vor Objektive, die nicht nur bezahlbar sind, sondern die wirklich sehr, sehr gut sind. Also gerade im Fotografiebereich würde es sogar eher tendieren, dahingehend zu sagen, ich schaue eher vielleicht in den Sigma-Bereich, wenn ich jetzt ein 24-70 meinetwegen kaufen möchte für Hochzeiten, für Portraits oder für Landschaften als Allrounder. Da gibt es schon ein sehr, sehr gutes Preisangebot inzwischen. Und da würde ich, glaube ich, eher nicht zu Sony greifen, sondern doch eher ins Sigma-Lager schauen. Wenn es rein um das Filmen geht, würde ich, glaube ich, eher dann wieder zu Sony schauen, weil Sony da für meine Begriffe da einfach mit dem Autofokus und auch mit dem Geräuschverhalten von den Objektiven da einfach lautlos ist und einfach besser damit klarkommt. Kommen wir zum Thema Überhitzung und Filmen. Ich hatte das ja auch in dem letzten Video über die Canon EOS R5 gesagt, dass ich da so eine kleine Hassliebe habe zum Thema Filmen mit der Canon. Mit Sony, muss ich sagen, funktioniert das deutlich besser. Also selbst die A7IV, die ja immer noch das Problem hat, dass sie dann abschaltet, wenn sie zu heiß wird und vor allen Dingen auch sehr schnell abschaltet, wenn man die Voreinstellung nicht noch verändert hat. Ja, das ist immer noch so und ich filme auch immer noch mit der A7IV sehr viel. Nur dennoch muss ich sagen, dass ich mit der A7IV auch sehr weit inzwischen gekommen bin, was das Filmen angeht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie zu schnell überhitzt, wenn ich bei einem Kunden bin, etwas filme oder wenn ich hier YouTube filme für euch jetzt hier. Hatte ich nie das Gefühl, dass die Kamera zu heiß ist und sie sich jeden Moment abschaltet oder sie abgeschaltet ist und ich jetzt erst einmal eine Stunde nicht filmen kann. Klar achte ich darauf, dass ich die Zeit nicht so weit überschreite, als dass sie sich dann abschaltet von selbst. Aber natürlich hast du immer im Hinterkopf, die Kamera könnte überhitzen und du musst halt darauf achten. Bei der A7R5 ist das gefühlt gar nicht mehr so, also wirklich null ein Problem, gar nicht. Auch sie kann überhitzen natürlich, keine Frage. Aber die Range zwischen, sie schaltet sich ab, die A7R5 und die A7IV schaltet sich ab, ist natürlich viel, viel größer geworden zur A7R5. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn du roundabout für dich ein bisschen filmst, wenn du draußen unterwegs bist, wenn du indoor filmst, wenn du nicht unbedingt in der Sauna stehst zum Filmen oder wenn du nicht unbedingt draußen in der prallen Sommermittagssonne filmst, dann funktioniert das mit den Sony-Kameras inzwischen sehr, sehr gut. Man muss halt darauf achten, das Display ausklappen und ab und zu auch mal die Kamera wieder ausschalten. Wenn du zwischen den Sets quasi, zwischen den Takes die Kamera nicht benutzt, komplett ausschalten, vielleicht sogar den Akku rausnehmen, damit sie einfach ein bisschen runterkühlen kann. Und wenn du darauf achtest, funktioniert das dann doch recht gut. Und ich muss auch ganz klar sagen, mit der A7IV funktioniert das nicht ganz so gut wie mit der A7R5. Die hält, wie gesagt, nochmal deutlich länger durch. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann suchst du dir eben eine von den A7S3-Kameras oder S2-Kameras raus, die mit dem Überhitzungsproblem nichts zu tun haben. Sie überhitzen einfach nicht. Du kannst damit auch wunderbar 4K Slowmotion filmen. Du kannst damit auch in 8K filmen, wenn du die A1 kaufst, also wer das Kleingeld dafür hat. Und auch dort gibt es das Überhitzungsproblem wohl angeblich weniger oder kaum gegenüber diesen Kameras hier, die ich hier habe. Aber die A7S3 und die A1 hatte ich nie in der Hand, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Grundsätzlich abschließend muss ich sagen, dass zum Filmen, wie gesagt, alle Sony-Kameras für mich ab der A7R2 bereits doch recht gut geeignet waren, weil sie, wie gesagt, nicht nur mit dem Überhitzen okay waren, sondern auch der Autofokus zum Filmen gut war und auch die Performance für mich gestimmt hat. Natürlich ist das Ganze auch noch abhängig davon, welche Speicherkarte du benutzt. Also wenn du rein auf SD-Karten setzt, wie ich das tue, dann hast du natürlich nicht die Möglichkeit, die komplette Performance abrufen zu können. Das heißt, die Kamera braucht etwas mehr Zeit zum Schreiben der Dateien beziehungsweise zum Zwischenspeichern, zum Zwischenpuffern. Wenn du Videos drehst, das musst du wissen, dann musst du dich eben für CF-Express-Karten entscheiden, die nochmal deutlich schneller sind, die schneller die Dateien schreiten, die schneller abpuffern im internen Speicher und quasi für eine längere, bessere Performance sorgen. Das heißt, der Prozessor muss nicht so viel arbeiten, es läuft alles viel schneller und runder. Das kannst du natürlich auch machen. Mit SD-Karten geht das auch, je nachdem, was du für eine verwendest. Du musst halt nur dann mit dem Workaround leben, dass du hier und da ein bisschen aufpassen musst, was das Temperaturverhalten der Kamera angeht. Kommen wir zum Thema hybride Benutzung, also Fotografieren und Filmen. Und ich mache beides sehr, sehr gern mit den Sony-Kameras. Also vor allen Dingen Landschaftsfotografie macht mir besonders viel Spaß mit den Sony-Kameras. Aber auch das Filmen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, bei Kundenaufträgen oder möchte für mich etwas filmen, dann greife ich sehr, auch sehr gern zur Sony-Kamera, weil sie mir ein sehr, für mich ein sehr schönes, sehr angenehmes 4K-Bild bietet. Ich habe natürlich die Möglichkeit, im Log-Profil zu filmen, um im Nachhinein nochmal alles besser anpassen zu können, um das Kamerabild auch mit anderen Kameras gut matchen zu können in der Postproduktion. Das funktioniert alles wunderbar. Du hast verschiedene Profile auch zur Auswahl. Du kannst dir die Kamera auch wunderbar konfigurieren für deine Anforderungen im Videobereich, also nicht nur im Fotobereich. Und du kannst da quasi auch dir das Ganze so gut einstellen, dass du im Nachhinein auch mit anderen Kamerasystemen recht gut zusammenarbeiten kannst. Speaking of Menü, weil wir gerade in der hybriden Benutzung sind, das Menü der Sonys ist halt etwas eigenwillig. Ich habe ja in der Vorschau oder in dem Video zur Canon-Kamera schon gesagt, was mich dort recht erfreut, aber auch teilweise ein bisschen stört. Hier ist es so, dass mir Sony kein verwirrendes Menü liefert. Es ist eher so, dass die Menüs sich von Kamera zu Kamera ändern. Und das sehe ich insofern problematisch, als dass du dich als User immer wieder neu darauf einstellen musst. Das Ganze hat natürlich deutlich abgenommen gegenüber den ersten Modellen. Gerade zwischen der ersten oder dritten Generation ging unwahrscheinlich viel an Menü-Modellen, an Designs, an verschiedenen Möglichkeiten, was du für Apps auch nutzen kannst. Du konntest beispielsweise in Sony-Kameras intern Timelapses erstellen. Das geht alles irgendwie nicht mehr. Nur noch mit verschiedenen Einstellungen geht das schon. Aber die Möglichkeiten, die die Kamera mal hatte, oder das System hatte, hat es nicht mehr, weil es sich immer wieder verändert hat. Es kam eine neue Sony-Kamera raus und es kam damit auch ein ganz neues Menü. Und das hat sich quasi bis zur A7 R5 fortgesetzt. Also der Unterschied zwischen der A7 IV und der R5 ist ja gar nicht so groß im Menü. Und trotzdem hat man aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen den Veröffentlichungen trotzdem nochmal die Kameramenüs angepasst und hier nochmal ein extra Menü eingefügt. Und ich hadere immer mit mir. Ich finde es persönlich nicht schlimm. Aber du musst dir selbst dann wieder die Gedanken machen, wie nutzt du das Ganze? Findest du deine Einstellungen? Findest du dich zurecht? Und vor allen Dingen, noch viel wichtiger, für alle, die damit professioneller arbeiten, die quasi Hektiker sind, wo es schnell funktionieren muss, wenn du am Set bist, wenn du eine Aufnahme machen musst oder die Videoeinstellungen schnell brauchst, dann darfst du dich wirklich nicht verhaspeln. Dann musst du dir im Vorfeld das Menü nochmal anschauen, und die Kamera hernehmen und in Ruhe nochmal nachschauen. Passt das alles, wie ich es eingestellt habe? Ist das auch alles dort? Und auch wenn es alles wunderbar zum Konfigurieren passt in der Kamera, musst du dir das trotzdem hernehmen und nochmal anschauen. Und das ist bei den Canon-Kameras oder bei anderen Systemen eher nicht der Fall. Da ist das Menü sehr konsistent. Das heißt, du hast in der Regel zwischen den drei, vier, fünf Jahren, wo du verschiedene Modelle vielleicht auch mal an Kameras in der Hand hast, keine anderen oder keine wesentlich anderen Menüs zum Einstellen der Kamera. Und ich denke, da geht es auch euch so, wenn das Kameramenü von Sony-Kameras etwas konsistenter wäre, hättet ihr wahrscheinlich auch alle selbst ein bisschen mehr Freude an dem Menü, einfach weil es fortlaufend gleich bleibt und du auch weißt, wo du hingreifen musst und wo du für deine Einstellungen hinschauen musst. Ansonsten möchte ich gar nicht groß weiter darüber meckern. Es ist ein sehr gutes Menü inzwischen. Es wirkt deutlich durchdachter als noch in der ersten Generation. Das konnte man ja niemandem anbieten in der ersten Generation. Inzwischen ist es wirklich sehr, sehr gut geworden. Bereits bei der A7 IV, auch mit der Volltouch-Funktion, dass du durch das Menü inzwischen volltouchfähig durchschauen kannst mit deinen Fingern, wie auf dem Handy oder wie auf anderen Kameras. Sehr gut. Das soll auf jeden Fall beibehalten werden. Bei Sony, da bin ich auf jeden Fall glücklich. Ja, ich hoffe jetzt nochmal, ob wir was vergessen haben. Hybride Zusammenfassung habe ich gerade besprochen. Allgemeine Zusammenfassung. Ich glaube, ich habe schon ganz viel erzählt. Ich habe auch sehr viel geschwärmt. Es gibt natürlich hier und da immer wieder Ecken und Kanten bei Kamerasystemen, weil es ja nun nicht die perfekte Kamera gibt. Das kann es gar nicht geben, weil allein schon die Größe der Kamera entscheidend dafür ist, was du damit machen kannst und was nicht. Also es gibt Menschen, die brauchen als professionell Arbeitender eine große Kamera, weil sie einfach Gewicht brauchen für ein ruhigeres Filmen, für ein besseres Gefühl beim Fotografieren. Da wäre so eine kleine Sony oder eine Fuji eher weniger gut geeignet. Da würde man sich wahrscheinlich eine EOS R3 oder so anschauen, die dann eben diesen fest verbauten Batteriegriff hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch umgedreht. Aber ich muss sagen, dass das Menü und die Nutzung und das komplette System inzwischen so gut durchdacht ist und auch so gut etabliert ist am Markt, dass Sony es wirklich schon anderen Kameraherstellern gezeigt hat, wie es denn gehen könnte und durchaus für meine Begriffe zumindest dafür gesorgt hat, dass auch die anderen Hersteller nachziehen mussten. Für meine Begriffe wurde das Sony lange Zeit belächelt. Ja, baut mal eure Systemkameras und die Spiegelreflex stirbt ja nun nicht so schnell aus. Und ehe wir uns alle versehen haben, war Sony präsenter, als viele wahrscheinlich vermutet haben. Und das hat sich natürlich sehr schnell auf die anderen Kamerahersteller abgefärbt, die natürlich inzwischen nachziehen konnten, aber tatsächlich zu tun haben, mit ihren Objektiven, mit ihrem Line-Up, was sie dahinter haben, auch mithalten und gleichziehen zu können. Und da muss ich sagen, ist Sony auf jeden Fall für meine Begriffe ein Vorreiter, was viele Innovationen angeht und bricht auch mit einigen Traditionen und versucht halt auch mal Sachen und testet Sachen aus, die vielleicht wieder verworfen werden. Aber sie haben die Erfahrung gemacht und wissen beim nächsten Mal, was es heißt, es besser zu machen oder eben Sachen wegzulassen. Und ein Detail möchte ich noch dazu sagen, was ich schon seit der ersten Generation bei Sony vermisse, das ist natürlich das, also für mich, mein heiß geliebtes Schulterdisplay. Ich mag es, auf die Kamera von oben drauf schauen zu können, um die wichtigsten Einstellungen ablesen zu können, gerade wenn ich am Set bin, wenn ich Hochzeiten fotografiere, wenn ich filme unterwegs bei Kunden, wenn ich unterwegs bin und von oben auf die Kamera schaue oder nur einen Blick irgendwie von der Seite auf die Kamera werfen kann, dann ist es für mich ein Riesenvorteil, wenn die Kamera ein Schulterdisplay hat, wo ich alles drauf sehen kann, vielleicht sogar im ausgeschalteten Zustand, der Akku noch angezeigt wird oder der Modus, der in der Kamera noch eingestellt wurde, damit ich quasi weiß, beim Einschalten, welcher Modus jetzt greift. Das vermisse ich bei Sony tatsächlich sehr. Der Platz wäre hier auf jeden Fall gegeben. Also bei der A7R5 ist es ja ähnlich groß wie bei den Vorrangmodellen. Demzufolge für meine Begriffe könnte Sony hier auf jeden Fall noch nachziehen, auch wenn der Body dadurch noch ein bisschen größer wird und der Akku da 2% weniger Leistung bringt, fände ich es gut, wenn man sowas ja verbauen würde und den Griff vielleicht ein bisschen dicker macht. Wäre für mich völlig okay. Also dann wäre ich rundum happy und dann würde ich vielleicht sogar überlegen, komplett auf Sony zu setzen. Aber solange die anderen Systeme auch ihre Vorzüge haben, wird es natürlich für mich auch weiterhin so sein, dass ich Sony auch weiterhin mit benutze, aber nicht allein benutze. Ja, ich hoffe, das Video war für euch interessant. Ich hoffe, ich konnte euch einiges aus meinen Erfahrungen mitgeben. Ich hoffe, ich konnte vor allen Dingen Input liefern für all die vielen Sony-User da draußen, die meine Videos ja ständig schauen und fragen, wann kommt denn endlich mal das Video zu den Sony-Systemkameras, also zum Sony-System. Und ich hoffe, das war hilfreich, interessant und wenn du Fragen dazu hast, schreib sie gern unter dieses Video und mich würde interessieren, ob du schon eine Sony-Kamera nutzt und wenn ja, welche und wo denn deine Vorzüge oder deine Nachteile vielleicht auch für dich in dem Sony-System sind. Schreib sie gern unter dieses Video und dann können wir uns wieder sehr gern austauschen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video, da wird es ja dann noch eins geben zum nächsten Kamerasystem und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin. Tschüss.